Hallo, ich bin Christian von Sovero und ich darf dich heute zu einer neuen Folge Fragten Sonnenschutz-Guru begrüßen. Die Windklasse. Sie beschreibt die Windstabilität einer Markise im montierten Zustand. Speziell bei Markisen mit Gelenkarm kann maximal die Windklasse 2 erreicht werden. Was bedeutet, dass die Markise Geschwindigkeiten von 29 bis 38 km pro Stunde standhält. Die Windklasse 2 ist dabei das Maximum, sollte qualitativ gesehen aber auch das Minimum einer Markise sein. Die Berechnung der Windklasse ist hochkomplex. Dabei werden die Zugkräfte der ausgefahrenen Markise bei bestimmten Windgeschwindigkeiten berücksichtigt. Grundsätzlich gehen hier alle Hersteller bei der Angabe der Windklasse einer Markise von optimalen Montagebedingungen aus, nämlich von Beton. Jedoch kann sich die Windklasse einer Markise bei besonders ungünstigen Montagesituationen verringern. Dann werden größere Konsolen mit mehr Bohrungen benötigt, um wieder die entsprechende Windklasse 2 zu erreichen. Die richtige Auswahl der Konsole für deine Markise kann dir dein Markisenanbieter aber nur sagen, wenn er deinen Montageuntergrund und den Wandaufbau bei dir vor Ort genau kennt. Sollte bei der Beratung nicht abgefragt werden, wie es bei dir zu Hause aussieht, dann bitte Vorsicht. Denn bei schlechten Voraussetzungen auch bei großen Markisen kann es dann vorkommen, dass die Markise überhaupt nicht montiert werden kann oder eben nur bei geringem Wind eingesetzt werden darf. Achte deshalb beim Kauf deiner Markise immer auf die Angabe der Windklasse im Bezug auf deinen Montageuntergrund. Hast du bestimmte Fragen zum Thema Sonnenschutz oder möchtest du bestimmte Begriffe erklärt bekommen, dann schreib einfach einen Kommentar und bei der nächsten Folge gehen wir auf deine Fragen ein. Hat dir Frag- und Sonnenschutz-Guru gefallen, dann folge uns einfach auf Instagram, Facebook oder auf YouTube und bleib dran für die nächste Folge. Vielen Dank an dich, dass ich dir heute den Begriff der Windklasse etwas näher bringen konnte und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss, euer Christian.